Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video haben wir mal ein ganz anderes Setup. Du siehst, du guckst auf meinen Schreibtisch, nicht von meinem Schreibtisch weg. Genau, in diesem Video geht es nämlich um deine Webinar-Ausrüstung, um dein Webinar-Equipment. Was brauchst du? Die wichtigsten beiden Punkte, Bild und Ton. Wir gehen jetzt nicht auf die Software ein, es geht jetzt wirklich nur um die Hard Facts hier von außen quasi. Was kannst du tun, um vernünftige Bilder zu übertragen, vernünftigen Ton zu übertragen? Das zeige ich dir jetzt. Ich wurde viel gefragt, was ich denn nutze und da beginnen wir auch direkt mal mit meinem Equipment, mein Setup. Das Größte sozusagen und meiste ist eigentlich diese Kamera auf diesem Joby Gorilla Pod, der sich super eignet, gerade auf dem Schreibtisch, als Tripod zu fungieren, den man eben biegen kann. Und jeder Situation anpassen kann quasi. Genau, und das ist meine Sony Alpha 6400, die ich sowohl für die YouTube-Videos nutze, heute übrigens nicht, das hier ist mein iPhone in diesem Video. Grundsätzlich ist es diese Kamera, die hat die Möglichkeit, wie das auch bei anderen Fabrikaten der Fall ist, dass ich mit dem Bildschirm überprüfen kann, was ich gerade für ein Bild übertrage, beziehungsweise aufnehme, je nachdem. Genau, und ich nutze diese Kamera inklusive des Rode-Mikrofons, was du hier siehst, auch als Webcam. Das heißt, ich nutze sie auch in Webinaren übertragt da mit meinem Bild. Es sieht wirklich ganz anders aus, als zum Beispiel mit der internen Kamera meines Notebooks, die ich natürlich früher genutzt habe. Ja, ich werde dir davon auch nochmal Ausschnitte, Beispiele zeigen, damit du das vergleichen kannst. In diesem Teil siehst du jetzt die verschiedenen Kameraeinstellungen. Und zwar zum einen, das erste war die FaceTime-Kamera meines Notebooks. Und jetzt schalte ich einmal um auf die professionelle, auf die Sony, und du siehst schon einen Riesenunterschied. Wir schalten nochmal wieder zurück. So, wieder die FaceTime-Kamera und da sieht man gleich auch die Pixel. Es ist viel verpixelter, es ist ein ganz anderes Bild. Aber beide Kameras funktionieren, um Online-Meetings durchzuführen oder auch Webinare. Gut, wenn man diese Kamera mit dem Rechner verbinden möchte, also sprich, wenn du deine professionelle Kamera verbinden möchtest und auch zum Beispiel 4K-Videos oder Ähnliches übertragen möchtest, stell dir mal eben wieder hin, bevor mir das umfällt hier alles, dann brauchst du einen sogenannten, ich mach das mal eben ab, Cam-Link. Das ist dieses Teil, sieht eigentlich aus wie so ein USB-Stick, die früher mal so dick waren. Ist auch per USB, wird also per USB an deinen Laptop, an deinen Rechner, was auch immer, gehängt. Und die Verbindung ist dann hier ganz einfach mit der Kamera mit einem HDMI-Kabel. Also hier HDMI-Anschluss, da ist der USB-Anschluss. Das kommt in den Rechner, das kommt in die Kamera und schon werden Bild und Ton übertragen. Also ich kann in meiner Webinar-Software ganz einfach diese Kamera ansteuern und auswählen, sowie auch das da dranhängende Mikrofon. Das ist halt mein Setup. Das ist das, was ich meistens benutze. Jetzt kommen wir dazu, was du natürlich, wenn du jetzt sagst, ja, das ist schön mit so einer Kamera, habe ich aber nicht, möchte ich aber nicht, was gibt es für Alternativen? Natürlich kannst du, natürlich kannst du die interne Kamera nutzen. Es ist nicht so, dass die nicht funktioniert. Das Bild sieht anders aus. Ja, aber für mal an einem Webinar oder Online-Meeting teilnehmen, reicht die natürlich aus. Wenn du sowas nicht hast oder das Ganze etwas upgraden möchtest, dann empfehle ich dir eine Logitech-Webcam. Das hier ist jetzt meine kleine alte Logitech-Webcam, meine kleine Notebook-Webcam, die ich auch in so einem Reiseset habe. Hier ist es wirklich ganz klein, kann man dann zusammenpacken und wegpacken. Die ist aber nicht mehr up-to-date. Inzwischen gibt es ganz andere Modelle. Ich habe jahrelang immer mit verschiedenen Modellen von Logitech gearbeitet. Ich bin überzeugt von diesen Webcams und ich schreibe dir auch in die Beschreibung Beispiele heutiger Modelle, die du super nutzen kannst, die wirklich tolle Bilder übertragen, die teilweise bis 4K übertragen, die natürlich auch Lautsprecher und Mikrofon integriert haben, sodass du das als Alternative nutzen kannst. Ist natürlich ein ganz anderes Setup, als wenn du jetzt so eine Riesenkamera noch aufbaust. für Online-Meetings und Webinare wirklich völlig ausreichend, insbesondere wenn du Teilnehmer bist. Genau. Was ich schon sagte, was ganz wichtig ist, noch wichtiger als das Bild, ist der Ton. Deshalb möchte ich da nochmal drauf eingehen, wenn du zum Beispiel eine interne Kamera nutzt, die jetzt, wenn dein Notebook auch nicht gerade auf dem allerneuesten Stand ist, quasi ein Bild überträgt, was nicht so schön aussieht wie mit der Webcam oder mit der professionellen Kamera, was aber nicht ganz so dramatisch ist, dann sollst du aber auf jeden Fall darauf achten, dass dein Ton super funktioniert. Weil das beste Bild hilft dir nicht, wenn der Ton schrecklich ist, beziehungsweise nicht gut zu hören oder blechern klingt oder irgendwie furchtbar ist. Das kennst du vielleicht auch selber, wenn du irgendwo teilgenommen hast und du hörst die ganze Zeit so und so weiter. Ich will das jetzt gar nicht weiter vormachen. Du weißt, was ich meine. Dann fühlst du dich nicht in der Lage, diesem Webinar zu lauschen. Du wirst dich auch nicht mehr auf den Inhalt konzentrieren, sondern wirklich nur noch auf diesen Ton fokussieren. Und das wollen wir ja nicht. Deshalb rate ich dir zu einem externen Mikro, da gibt es verschiedene. Ich habe jetzt hier das Samson Meteor. Das ist auch schon älter, das ist ein älteres Modell. Es gibt auch das Blue Yeti, auch sehr beliebt, oder dieses Snowball. Es sind alle ungefähr gleich, also sind qualitativ gleich. Die kosten nicht die Welt und damit tust du dir einen Riesengefallen, weil dein Ton wird vernünftig übertragen. Du hast auch keine Rückkopplung irgendwie durch die Geräte oder ähnliches. Das ist ein kleines Richtmikrofon und ist wunderbar laut zu stellen und hat eben auch hier diese Funktion mit dem Mute-Knopf. Also ich kann hier an- und ausschalten, bin jetzt nicht extra wieder auf Software angewiesen, kann das direkt benutzen, kann ich dir nur empfehlen. So, ja, und dann habe ich noch, last but not least, hier meinen Bose-Kopfhörer im Einsatz. Insbesondere, wenn ich irgendwo bin, wo es zum Beispiel ein bisschen lauter ist, an Flughäfen und so weiter, gut jetzt, im Moment zu Corona-Zeiten eher nicht. Grundsätzlich ist das aber ein super Tool quasi, um in Umgebungen, wo man doch sehr viel Ablenkung hat, zu arbeiten oder zum Beispiel eben auch an Webinaren oder an Online-Meetings teilzunehmen. Und durch diese Telefonfunktion, sprich dadurch, dass das Ganze hier auch ein Mikrofon hat, kannst du den als quasi Headset-Ersatz einsetzen. Der funktioniert wunderbar. Du kannst die Silent-Funktion an diesem Kopfhörer einstellen. Die neuen Modelle sind inzwischen kabellos und kannst damit ganz normal teilnehmen und hast nicht diesen Bügel im Gesicht. Ich persönlich muss ich dazu sagen, finde die Headsets ganz furchtbar. Also es hat alles so, wenn ich in so einem Online-Meeting bin, da sitzen lauter Leute mit Headset und man sieht diese Bilder übertragen. Es hat für mich so ein bisschen diesen Touch von einem Callcenter. Und nee, es gibt heute genug Möglichkeiten, wie eben diese externen Mikrofone oder eben an der Kamera oder in der Webcam oder eben mit einem solchen Kopfhörer oder Ähnlichen, das Ganze wirklich moderner zu gestalten. Diese Headset-Phase war so vor zehn Jahren. Und natürlich gibt es professionelle Headsets. Wenn dir das gefällt, kannst du das natürlich gerne machen. Aber es hat immer so ein bisschen diesen Callcenter-Touch. Das ist jetzt meine Meinung. Deshalb, ich mag es ganz gerne, einfach mich auf das Webinar zu konzentrieren, ohne diese ganze Kabelgeschichte mit diesem Bügel und so weiter. Aber das sagte ich ja schon. Genau, das war's. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Ich konnte dir so eine kleine Inspiration, einen kleinen Überblick geben, was du an Hardware brauchst. Und ja, bin gespannt, was du dazu sagst. Erzähl doch einfach mal in den Kommentaren, was du bisher nutzt und was du vielleicht noch upgraden möchtest. Oder ob du gute Erfahrungen gemacht hast, nur zum Beispiel einen Laptop zu nutzen. Wie sieht es da aus? Und ja, denk dran, den Kanal zu abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über deinen Daumen hoch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.